Guten Abend, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play GTA 4, ein kleiner Vorgeschmack auf GTA 5. Mit mir dabei ist, ja, man sieht es schon, Kobi the best, denn liebe Dork, moin. Ja, und wir spielen hier Multiplayer-freier Spielmodus und ja, wollen halt auch mal ein bisschen das machen, was man halt in GTA macht. Jetzt, hallo, alter, auf einmal, pass auf der linken Seite, was ist das denn? Ja, am backen bisschen. Ich hab mich durchgepackt. Also ich fang, falls mal wo ganz bestimmte Sinn, hast du eine andere Map gewählt? Nein, 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 es gibt nur eine. Achso, ich dachte schon, weil ich hätte nicht... Ja, ja. Okay, danke, Mann. Ups. Wer ist zu sterben? Willst du sterben? Ich hatte viele Waffen. Du hattest. Ich hatte ja. Du hattest. Du bist du gespielt, was? Stecht dich ab, ich bin, sie wird ab, die. Du hast aber jetzt nicht mehr. Ich weiß, der geile Karre. Ich versuch dir mal zu folgen, unauffällig. Vor allem unauffällig. Na los, du kleiner Antillator, los, starte doch. Du hast ja nur einen Helikopter, ne? Ja. Das hört mal schön aus, fünf Kilometer noch. Na los, komm doch. Ich bin gerade erst in mein Tourismus eingestiegen. Du musst noch kurz die Steuerung ändern. Tut mir leid. Ja, das hat sich nun auch erlegt. Vor mir aufgeprallt. Ah, schön. Wo spawnst du? Hallo. Hallo. Ich weiß es noch nicht. Ich bin da. Wo bin ich? Wenn es uns ein muss. Ich bin aber wieder oben drin. Ich bin über so ein kleines Fass gefahren und mich hat es gleich mal drei Mal überschlagen. Aber egal. Ja, ich komme nicht mal rüber. So. Ein gelenkiger Buster. Anderhalb, bitte. Tag sie an. Hier. Alter, wie du gerade eingepackt hast. Ich lüfte mal. Am Außenfenster halten, ganz lässig. Oh, das war skittig. Äh, du bist gegen deine Lateine gefallen. Ich bin aber reingedriftet zum Medipack. Uh, wow. Ja. Der Tourismus ist auch schon ordentlich, aber es gibt natürlich eine bessere Karre. Alter, das ist gerade lässig. Ui. Gibt Gas. Da hätte ich hochfahren müssen. Höh. Höh. Ich suche mal gerade nach. Die dann. Hintergrund. Wenn es geht, keine mit Gamer. Ja. Einmal aber traurig. Ja, komm gerade. Lalalala. Ja, ja. Nein, das waren wir auch nicht hin. Tut mir leid. Da kommt gerade gar nicht. Oh, Pinepada Jelly. Sehr schön. Das ist sogar legal. Also, das ist ohne Gamer. So viel ich weiß. Und du weißt nicht sehr viel. Stimmt. Wo sprichst du uns eigentlich hin? Mein Lieber, sag mal an. In den Wald. In den dunklen, dunklen Wald. Ist das? Ich schichte ein Ernst. Also, irgendwie, das ist das, ich schüsste ein Ernst. Und dann einfach losballern. Danke sehr. Ähm, du liegst ja gerade ein bisschen unbeholfen. Ist er da? Ja, in Geld. Für mich. Ich hatte ein Geld für mich. Du steigst ja aus. Ja, komm, spring an. Zweimal versucht, dann ging es schon. Okay. Ich steige ein, dann fahre ich gleich wieder her. Und dann ist er, das wird ja da sein. Ja, also, das hier ist der schnellste Wagen im ganzen Spiel. Soll es sein. Wolle, er ist auch ziemlich geil, ist er schon. Mein Dekammer, wo? Kaum lenken, wow. Zeig mal von vorne. Soll ich kurz stehen bleiben? Nein, nein. Let's tune, Auto. Nein, 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 nein. Mit dem schönen Turbo zwischen. Ja, immer. Voll geil. Boah, ich freue mich so auf GTA 5. Ah, es wird schon schön. Es wird zwar, der Fall, 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 der Fall. Es wird jetzt auch vielleicht ein bisschen spannender als jetzt. Wir fahren ja auch gerade nur rum. Nur um nochmal GTA 4 zu zeigen. Die alte Map. die alten leute die so statisch umfallen und die guten und die grafik die hier bei mir ein bisschen verändert aussieht ich bin die mod also schon jeder pack meister das wieder hallo das war am aushalten am lüften so alter wie das ein arm verbiegen kann einfach mein schulter ausgerenkt ich komme nicht mehr zurück mit dem schießen gott danke sehr da habe ich den fährt ein schwarz war nicht so mal ich mache es war ein geld bei dir nein orange deiner schwarz schon das war ein sehr leichter nicht runter nicht drunter aber jetzt will ich schneller und es kann ja auch schief gehen bleibt drin bleibt drin schön gemacht kobert es hat schön hier zu lang zu fangen du Penner hast du das gerade das Leben genommen nein das hier ist doch keins gewesen das liegt drunter kann das sein wohl war wohl war scheiß Penner das brauche ich ja ich meine war auch die 2 also da vorne ist doch noch eins alter der Lassand du hast es nicht so mit dem Fahnen oder und ein Grind hast gesehen alter ich bin noch ein paar jahre redig mit jetzt machen es auf das kräftet echte Werder wach ist mit den Karren ja danke dass die Laterne jetzt auf mein Dach gefallen ist hast du gesehen 180 Grad Drehung kannst du nicht im Hintergrund hören wir dein Halloween Dubstep was wir schon gehört haben in der netten es ist auch Spitz Folge oh ja das war auch schön okay treffen wir uns mal bei Ding bei Ding ja lass uns mal bei Ding treffen ja lass uns mal bei Ding ich finde es voll geil Flughafen meine ich Renn machen ja ganz schön weit ja mit der Karre muss es nicht lange dauern ja mal gucken bis sie ob die Karre so lange hält naja wollen wir mal gucken also ab zum Flughafen das kann ein bisschen dauern ja alter morzkeiler stand von wem ja von dir natürlich weil ich dich auch so gut sehe was 10.000 Meter entfernt so weit ist nur weit ist jetzt hier muss ich links wo links einfach nur der Ausbruch für ne also netzig von nationen den Karre her wäre schon geil in echt dann auch überall käfig drin ja alles kann man ja auch in GTA 5 einbauen da haben sie ja endlich die Lizenzen für die Karren da heißen sie nicht Core Quette oder sowas Infernus Tourismo da gibt's auch Audi was auch schön wird in über Storybit freut mich auch irgendwie wir haben es auch schön gemacht GTA 5 mit den drei Spielcharakteren alle unterschiedliche Fähigkeiten und so ich werde einfach mit seinen schönen Foltermethoden ja die Szene wird auch schön aber ich werde wahrscheinlich Singleplayer nicht so spielen ne ich glaube ich werde es auch nicht Let's Playen um ehrlich zu sein tut mir leid wer das sehen will kann ja schreiben dann vielleicht doch weil das haben ja wirklich viele aber in GTA Online ist halt immer was anderes da kann man auch wirklich sau viel machen ja meine Sache macht ganz komische Geräusche so kurze Geräusche so kurze Geräusche wie so ein Wäscheltrockner schon fast der kommt auf dem Boden auf so schnell wie ich bin so er ist schon auf der Autobahn unterwegs also bist auf der Autobahn ja ich kann schon gut fahren weil ich gerade irgendwie total komisch durch die Innenstadt okay ich bin schon da gut ich bin so weit weg ich bin nicht ich bin 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 ein Horn ein Horn ein Horn vergrüppeltes Einhorn ein oh Gott nein nein äh hier lang hallo meine liebe oh kaffeebecher tut mir leid ich fick ja auch rüber wie so eine Pistensaue ey das gibt's gar nicht jetzt hier reicht's boah dreifachsalter und ich lande schön auf meinen es tut mir leid wenn das hier gerade bisschen langweilig ist reicht's ne aber so wie ich fahre dauert das halt da immer etwas länger ich wäre schon da ne 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 ich bin jetzt auch da au meine Kacke ist auf dem Kopf so wende ich mal hier kurz also wenn's schön wenn du äh 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 ich mal wieder ja anstoßen und wenn ich wüsste wo du bist auf flugplatz in der mitte und die alles klar wie weit wüssten du noch weg ich stehe gerade nicht mehr lang so hier komme ich rein doch da bist du auch durch gut alter wie sie Karin verdürftet Traum ja und auch die Beschleunigung Und da sind wir in GTA 4 auf dem Airboard Ui Mir wird schwindelig Lass ihn drehen Wow, wir werden erstmal mit in der Mitte treffen Hatte ich vor Wow, oi So Okay, rennen Alles klar Ne, Karin ist wieder repariert, ne? Meint ich nicht, auch egal Okay Hm, mhm Wie steckst du aus? Tantalatelö Alles klar Nein Nix schießen, okay? Wieso willst du die Person dann? ja okay also wir fahren und der airport einmal oben und wieder zurück das ist komplett der linie ist wieder hier das komplette hält ich kenne mich hier so aus also ja karte da macht man ja beim ende so ein bogen und fährt wieder hier 3 2 1 oh scheiße scheiße ich finde das schön dass das ja noch hier hier noch nicht mit den triebwerken ist dass man eingesaugt wird das ist ein gt 5 dann oder was ich habe einen geilen wirft hingelegt ja ich habe einen geilen salto hingelegt und ich kann schwimmen wenn die kacke ist aus der uhr nein steig ein kann man hinten einsteigen ach nee ist ja nur zwei sitze alter wie das flugzeug gerade ankam sehr schick ich fahr jetzt noch die runde zu ende ja ja mach das was für eine chaos folge sehr schön genauso ähnlich war das bei mir gerade auch genauso ähnlich ja ja was steckst du aus treibst weg okay nein ich hole dich ab liegt die karte gut hast du gerade eine granate geworfen äh nö wollen sie einsteigen äh ich würde gerne selber fahren naja klar na komm tschüss tschüss hast du noch in rüber endlich er hat wenigstens noch style meiner hier oder willst du mich mit einem helikopter verfolgen ach nee danke so wie ich fliege nicht ich finde ich besser keinesfalls ich will deinen leuten das hier nicht antun jo da bin ich auch gerade drüber hui oh danke geil ach du hast dich einmal gedreht war ja cool guck mal hui geil weiter kommt hier gar nicht aus dem stahl hey ich wollte gerade ruf fahren ja mit der karte kann man sogar stunts machen richtig auf dem dach wo denn wo der flieger einfach ankommt ähm da bei diesen dings bumms dings weißt du lalalalala schön aus ja hm 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 ja okay ich kann ich versuche mich umzuwerfen ich versuche mich umzuwerfen wirst du da nicht au hier wirst du mal hier geile schanzen Ey, Alter, Juro ist geil. Zwei Rampen. Diese Laufbände. Au, 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 au. Mama mia, no. Ey, komm mal mit. Ey, mit meiner so rauchenden Karre. Nein. Wow. Yo. Gott. Geil, das ist not ever. Na, du, ich muss dich mal entführen. Steigen Sie aus. Steigen Sie aus. Steig aus. Don't kill me? Weiß nicht. Hallo. Sollen wir über die Leiche fahren? Ah, schön. Wollen Sie tauschen? Nein, danke. Meine ist ja eh besser. Ey, mach mal mein Rennen. Wie du willst. Ich wollte jetzt mal mit ein bisschen rumspringen, aber okay. Kannst du auch während dem Rennen machen. Ja, und dann fliege ich wieder raus. Wie immer. Ups. Guck mal, so dürfte man heutzutage. Was tun Sie da? Auf dich warten. Alles klar. Wow, Alter, das können Sie da einfach so geil aus. Das was? Das Grüne hier. Ach so. Das Hellgrün. Ja. Bei mir werden die angezeigt. Bei dir irgendwie anders. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Go. Meine Reifen sind gut. Ich bin auch da drauf, hab ich gewartet. Ciao. Sie werden Platz gehen. Boah, die ist immer noch so schnell. Alter. Nein, ich dürfte. Du hast mir auch auf den Griff geschossen. Nein. Spätestens in der Kurve fliegst du raus, ja. Nein, die Helden ist ein Lebensbeck. Aber er fliegt trotzdem raus, weil ich einfach zu schnell bin. Für die Kurve. Ich hab ein U-Boot. Echt jetzt? Nee. Boah, wenn die durch sind, kannst du es super driften. Kannst du mich abholen? Theoretisch ja. Praktisch nein. Nein, so wollte ich nicht sagen. Nein. Ja, ich komme. Danke sehr. Lass mal nach links fahren und ein Auto suchen. Okay. Nach links, nicht geradeaus. Ja, oder spring mal schön, du willst. Wow. Ja. Interessant. Nein. Hier. Für dich. Danke sehr. Machen wir jetzt mal mit so einem Standardautos. Ich springe jetzt mal ein bisschen. Nice. Oh, das. Ja. Da im Auto stehen, wenn man sie irgendwo parkt. Also die Folge hier ist, wäre doch ein bisschen länger. Wir machen nichts, wirklich was spektakuläres. Aber egal. Einfach nochmal GTA 4. Wofür dann 5 draußen ist. Wir fahren auch immer Autos rum, irgendwie, ne? Hm, 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 hm. Ist richtig. Und warum? Das habe ich mir auch schon gefragt. Auf Flughafen. So. Geht einfach mal so ein Touristum. Oh, schön hier. Lass mal rumfahren. 2, 1, 2, 3, ja, komm, gerade so. Also, Robert, ich wäre bereit für ein Rennen, ne? Ich wäre bereit für ein Rennen. Hey, was geht's? Geil. Ich bin der 30er Gangster hier. Ich nehme auch einen Auto. Niemals. Ich wollte hier den großen nehmen, aber, geil. Hier, nochmal. Kommst du hier nicht weiter? Nicht? Nicht. Was? Ich habe Schusswester, aber egal. Achso. Penna, du. Jetzt kann ich die ganzen Leute mit meinem Gerät hier überfahren. Ja, lauf, lauf, um dein Leben abzüttet ihr nicht zu sitzen. So genial. Hier, noch eine Schrotze für dich, bitte schon. Komm, komm doch, komm doch. Okay. Komm, wir spielen Tennis. Oh, es fliegt. Boah. Boah. Bitte schon. Naja, ich pente damit auch mal die Folge, diese chaotische Folge von GTA 4. Wir sehen uns dann demnächst wieder in GTA 5. Hoffe ich. Bis dahin. Ciao, ciao.